Hallo, ich bin gerade auf dem Weg zum Bahnhof. Und zwar fahre ich heute nach Dortmund und treffe mich dort mit Shanti. Und ich hatte auf Twitter gefragt, ob ich mal wieder ein Follow Me Around drehen soll. Und richtig viele wollten, dass ich das mache. Und deswegen nehme ich euch heute einfach mal bei unserem Tag mit. Und ja, ich wünsche dir einfach mal viel Spaß. Okay, ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt hören könnt. Aber ich bin in Dortmund angekommen und mache mich auf den Weg zum Bahnhof. Wir haben uns heute am Hauptangang treffen und wir suchen uns. Hallo. Hilfst du? Ja. Hi. Okay, warte. So, da ist sie. Hi. Und? Bist du gerade so rumgelaufen? Ja. Ich bin jetzt immer verfreit. Ich hoffe. Aber für euch nehmen wir das auf jetzt. Ja. Also, wir sind jetzt in der Tiergalerie. Ja. Und wie geh jetzt in diesen Laden hier? Der sieht irgendwie cool aus. Wer ist denn? Lolly Pops. Mein Arm ist zu klein. Ja. Nee, warte. Andere Richtung. Ich kann doch nicht wie das aussieht. Ja. Also, in den Laden gehen wir jetzt rein. Der sieht irgendwie cool aus. Yeah. So, ich bin gerade bei Mango drin. Und habe diese Sache. Einmal dieses Mickey Mouse Shirt. Von so den Jeans. Die ist bisschen so acid washed. Ja. Mal schauen. Genau. Das sieht ja immer voll aus. Oh, ich filme schon. Ja. Also, wir waren gerade beim Anruf. Ich habe mich so gekauft. Ja. Und jetzt? Bist du da und der frei? Ha? Bist du da und der frei? Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt da und der frei lassen. Okay. Also, wir waren gerade in Hollister. Und das war mein erstes Mal. Und es war... Okay. Es war zwei nette Kommentare. Also, ich war zuerst mal in Hollister. Und es war so ganz klar, ich habe mir jetzt nichts gekauft. Aber... Ich habe mir ein Geschenk gemacht. Ja. Bodyspray. Genau. Wollte ich eigentlich kaufen. Und dann meine die so. Ich kaufe es sie dir zum Geburtstag. Genau. Nachtrinken. Ich habe es zum Geburtstag gesehen. Das ist ein Geschenk. Und jetzt? Wir sind so klein. 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 Wollte ich mal holen. Wollen wir hoch? Ja. Wollen wir das schon? Wir können ja nochmal ganz hoch. Wir können hier. Also, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Ja. Wir gehen jetzt nach oben. Was gut ist ja eigentlich, dass uns hier niemand kennt, ne? Obwohl... Ja. Wir sind jetzt in der Stadt, weil irgendwie... Also wir waren ziemlich schnell in der Tiergalerie schon durch. Ja, irgendwie ist die gar nicht so Bombe, würde ich sagen. Ja. Deswegen... Also da haben wir jetzt nicht so viel gefunden. Deswegen sind wir jetzt noch in die Stadt gegangen. Und ich hoffe, es fängt nicht später an zu regnen. Weil... Die Wettervorhersage hat das vorhergesagt. War munke. War munke. Auf jeden Fall... Oh, mein Arme, das ist jetzt so weh. Ich mach das so nicht. Danke. Mutti. Ja. Ja, meine Arme tun wir weh, weil ich war gestern Fettpumpen. Ja, stimmt. Hast du getweetet, ne? Und deswegen tun meine Arme weh. Und jetzt gehen sie durch die Stadt. Also wir sind jetzt bei Star Wars drin. Das ist das, was wir uns geholt haben. Ich hole mir eigentlich immer dasselbe. Also immer einen Berry Berry. Und dann dazu eine Zimtschnecke aufgewärmt. Das ist sehr, sehr gut. Und sie hat auch einen Berry Berry. Und was ist das? Ein Himbeer Cheesecake Muffel. Ja. Ich dachte, ich bekomme immer was Neues aus. Sie sieht sehr lecker aus. Und das essen wir jetzt. Ey, warte mal. Kommt noch auch Bier rein? Ja, gut, aber... Das ist ne Parfümerie. Oh, das gibt's auch Bikinis. Ja, das sehe ich nicht. Soll wir da kurz rein? Ich brauche gerne noch ein Bikini. Das ist nicht meine Schuppe sein. Meine auch nicht. Aber ich bin voll schwarz gerade unterwegs. Ja, wir können wir doch tauschen. Aber da musst du die Kamera so komisch halten. So. Das zeigt schon. So. Also. Ähm. Wir gehen jetzt wieder durch die Stadt. Wir waren ja vorhin bei Star Wars. Und gerade waren wir noch in ein paar Läden. Und ich werde komisch angekündet. Und jetzt bin ich ganz schön weiß. So. Und jetzt... Das war mal aus. Ja. Ja. Und jetzt gehen wir wieder in die Galerie. Oh, ey. Ihr wisst gar nicht mehr anstrengend. Ich hab wieder meine fette Trom. Danke. Und jetzt nenn ich dich mein Schatz. Du bist ja meine Mama. Eben. So. So. Ja. Okay. Also. Ich hab wieder meine fette Kamera mit innen. Weil ich möchte, dass es eine gute Qualität hat. Ja. Deswegen schlepp ich immer meine Spiegelreflexe. Also ihr solltet das zu schätzen. Ich kann gar nicht reden. Ich kann gar nicht reden. Das kann alles falsch. Ihr solltet das zu schätzen wissen. Jetzt müssen wir hier lang. Und übrigens vorhin, als wir selber ganz irgendwie Belieber treffen und so. Ja. Und in der Galerie haben alle so geschrien. Das war richtig krass. Das kam erst mal von da hinten irgendwo. Man hat es bis zur Stadt gehört, ne? Ja. Und wir sind dann so hergegangen, weil wir wissen wollten, was das ist. Und dann haben die alle so gekreischt, gekriechen. Ja, aber... Gekriechen. Wir haben gekriechen. Und wir kreischt und dann... Ja, wir haben uns auf jeden Fall gefragt, weswegen wir gekreischt haben. Ja. Und dann dachten wir, hm. Das hört sich an wie Justin Bieber-Fels. Ja. Erst dachten wir auch, dass Justin Bieber-Fels da ist. Oh mein Gott. Mein Liebchen schreit, aber da ist doch niemand. Der ist. Oder ist Justin Bieber hier? Ja. Ja. Yeah. Also wir sind gerade in der Tiergalerie oben. Und... Wir holen noch einmal was essen wollt. Ich hab nur... Ja. ... mit so'n... Chicken-Burin oder so geholt. Und Shanti ist gerade noch... Und... Und... Und sie hat noch was zu essen. Ich halte gerade mein Handy an ins Ohr. Und damit so rauszieht. Jetzt würde ich mit irgendjemandem am Handy reden. Aber eine echt richtige Kamera. Vielleicht finde ich gerade ein bisschen beobachtet. Auf jeden Fall. Warte, ich sage schon, wenn wir da anfangen können zu essen. Yeah. Und das ist das, was Shanti sich geholt hat. Ein Tadori Chicken Wrap. Sehr interessant. Und ich hab mega lang gebraucht, weil da so ne lange Stange war. Genau. Und ich muss sie ganz auf sie warten. Und dann muss mein Essen kalt. Aber naja. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Yeah. Ich filme dich beim Essen, weil du das doch so gern magst. Ja. Auf jeden Fall. Willst du jetzt echt schocken? Nein. Ja. Nein, bloß nicht. So musst du jetzt ran. Nein. Quatsch. Was redest du denn da? Ich hab weggesumt. Achso. Ja. Wirklich? Ich bin doch keine schlechte Freundin. Ich weiß nicht, ob ich dich trauen kann. Ich bin deine Tochter. Willst du die jetzt gerade echt? Nein, ich guck mir die Bilder an. Okay. Ja, okay. Ich filme. Okay. Hallo. Ich esse gerade noch eng. Kann ich nicht mehr. So. 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 Oh. Ja. Du hattest ran gesummt du dummer. Es ist schon tief. Mal schauen, ob's dir schmeckt. Ich finde das klemmt voll zu schnell in den Zähnen. Hast du auch das Gefühl, dass es sich an die Zähne haftet? Ja, eben. Man schmeckt den Döner irgendwo. Besser als meins. Schöne Armbänder von Gina Tricot. Von der Zuschauerin? Ja. Ja. Sehr schön. Und die auch, ne? Ja, lieben Grüß an euch. Hab ich sehr gefreut. Mich auch. Und den Brief lese ich noch zu Hause. Also ich habe noch einen Brief bekommen von einer Zuschauerin. Und ich glaube, es ist gerade sehr spannend, Shanti beim Essen zu sehen. Nichts passiert. Also ich steck jetzt gleich in den Zug und Shanti hält die Tür auf für mich. Wir müssen das gerade sehen. Es war so krass. Es war halt dieses Beliebertreffen da. Und dann sind wir wieder so vorbeigehen. Und plötzlich fangen alle an zu schreien und dann erst mal üschter auf. Das war so heftig. Ich habe erst mal von Panik bekommen. Sie wurde echt so umzingelt. Ich habe ein Foto davon gemacht. Das schicke ich dir nochmal. Okay. Ich fliege es dann jetzt hier ein. Ich glaube, man kann mich nicht mal unter der Menge füllen, weil es so viele waren. Aber, naja. Willst du noch was sagen? Ja. Ich habe viel Spaß. Und es war ein sehr guter Tag mit der Stadt. Und ja. Okay. Ich meine mal gut nach Hause. Genau. Danke. So, ich bin gerade auf dem Klo in einem Zug. Und ja. Ich wollte hier nur mal kurz noch filmen, dass es übrigens mein Outfit war. Also nichts Besonderes. Und oh Gott. Ich bin immer noch so ein bisschen geflasht wegen dieser großen Gruppe, die mich so umzingelt hat. Das war einfach so heftig. Vor allem hatte ich nur noch 5 Minuten zu meinem Zug. Und ich dann so, okay. Ich bin jetzt nicht fokussiert. Ich so zu Shanti. Oh Gott. Ich habe nur noch 5 Minuten. Wir dürfen jetzt nicht mehr angesprochen werden. Und plötzlich kommt einfach so eine krasse Menge auf mich zu. Und fängt dann zu schreien. Und ich so. Oh. Und ich habe versucht mit so vielen wie möglich ein Foto zu machen und Umarmungen zu verteilen. Und ich grüße alle ganz lieb, die da waren. Es war einfach nur so heftig. Aber dann musste ich zu meinem Zug. Das hat mir richtig leid. Aber ja. So. Und ich bin jetzt gleich zu Hause angekommen. Yeah. Und sollte jetzt dann so aussteigen. So. Ich bin jetzt hier angekommen und muss noch so 20 Minuten auf dem Bus warten. Aber ich wollte euch jetzt einfach mal was zeigen. Und zwar hat mir Shanti noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Und das ist einfach so süß. Das ist ja dieses Dude Yourself von Sammy nachmachen. Mit der Tafel. Und hat er so drauf geschrieben überhaupt nicht lieb. Und ja. Also nochmal Danke an dich. Ich finde das ist so eine süße Idee. Das ist halt so ein Bilderrahmen. Wenn ich mir auf jeden Fall in mein Zimmer stellen. Und ja. Ich finde sowas ist einfach mega lieb. Wenn man daran denkt. Einfach nur so. Also jetzt nicht irgendwie wenig. Mondstag oder Weihnachten. Einfach nur so. Als Aufmerksamkeit. Und ich finde sowas super toll. Also vielen vielen Dank nochmal an dich. Wir haben jetzt schon den nächsten Tag. Ich habe gestern ganz verplant noch das Ende zu filmen. Deswegen mache ich das jetzt noch. Und ich habe schon so ein bisschen dran geschnitten. Und mir ist aufgefallen. Dass ich ungefähr gefühlte hundertmal so einen Daumen nach oben gezeigt habe. Ich weiß nicht was in mich gefahren ist. Oder was in meinen Daumen gefahren ist. Auf jeden Fall habe ich echt sehr oft den Daumen nach oben gezeigt. Und ich dachte mir. Ich mache einfach so ein kleines Rätseln. Oder Spiel daraus. Dass ihr jetzt einfach mal in die Kommentare schätzt. Wie oft ich einen Daumen nach oben gezeigt habe in einem Video. Und ja. Ich bin echt gespannt ob irgendwer darauf kommt. Ihr könnt das Video theoretisch auch nochmal gucken. Und dann richtig mitzählen. Aber ja. Nicht schummeln. Ich hoffe das Video hat euch jetzt gefallen. Dass es nicht langweilig war. Und die Kamera ist so schwer. Und der Tag war auf jeden Fall richtig schön. Danke auch nochmal an dich Shanti für den Tag. Hat mich sehr sehr gefreut dich wieder zu sehen. Und danke an alle Zuschauer die uns angesprochen haben. Und ja. Es war einfach wirklich richtig schön. Und ich hoffe das Video war nicht langweilig. Und ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und ja. Dann würde ich sagen sehen wir uns bald wieder. Tschüss.